Hallo liebe Zuschauer von mdb 2.0. Ich zeige Ihnen heute meinen typischen Alltag in Berlin und im Wahlkreis und ich nehme Sie mit zu Terminen und Veranstaltungen sowohl hier als auch in Rheinhessen. In meinem Alltag als Bundestagsabgeordneter pendle ich zwischen Berlin und meinem Wahlkreis in Rheinhessen hin und her. Aber egal wo ich bin, mein Tag beginnt meistens ziemlich früh. Aber ich versuche mir Zeit für meine Familie zu nehmen und mit ihnen zu frühstücken, auch wenn wir nicht am gleichen Tisch sitzen. In Berlin fängt der Arbeitstag meist mit viel Papierkram an. Zum Glück unterstützen mich meine Mitarbeiter, indem sie Dinge vorsortieren, recherchieren und für mich übernehmen und meine Termine im Blick behalten. Auch wenn ich zu Hause in Haxheim bin, klingelt der Wecker rechtzeitig. Meine Frau und ich sind beide berufstätig und wir haben zusammen drei Kinder. Da geht es nur, wenn man sich die Arbeit teilt. Der eine macht die Kinder startklar und der andere das Frühstück. Die Belange junger Menschen sind mir sehr wichtig. Deshalb versuche ich auch hier in Berlin mit Schülergruppen aus meinem Wahlkreis über Politik zu reden, sie dafür zu begeistern und zu zeigen, wie meine Arbeit als Abgeordneter funktioniert. Ich bin jetzt in Ludwigshafen beim Landeswettbewerb Jugend forscht. Ich freue mich hier zu sein, weil hier viele engagierte Jugendliche tolle Ideen bringen. Ich schaue mir gleich die Ausstellung an der Finalteilnehmer und anschließend gibt es auch die Preisverleihung. Die Jugendlichen entwickelten dabei ganz unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel einen Kunststoff zur Versiegelung von Straßen. So soll künftig Schlaglöchern vorgebeugt werden. Ein weiteres Projekt nahm sich die Raffinessen der Natur zum Vorbild und versuchte diese nachzubauen. Manchmal komme ich in Berlin sogar dazu, richtig Mittag zu essen. Trotzdem ist es meist auch ein Arbeitsessen, wie zum Beispiel heute. Wir treffen uns in der Landesgruppe der FDP-Abgeordneten und besprechen wichtige Fragen, die Rheinland-Pfalz betreffen. Ich bin Mitglied des Mainzer Weinsenats und damit auch Botschafter der rhein-hessischen Weinkultur. Hier treffen wir uns zum jährlichen Rebschnitt in unserem eigenen Weinberg in Mainz und besprechen viele Dinge, beispielsweise wie wir die Weinkultur Rheinhessens weiter erhalten und fördern können. Ich bin Mitglied des Rechtsausschusses und hier bei der Anhörung zum E-Justice-Gesetz. In so einer parlamentarischen Anhörung wie dieser geben uns Experten wertvolle Hinweise, wie wir unser Gesetz noch besser machen können. Die Ergebnisse aus Fachgesprächen werden dann ins Plenum eingebracht. So habe ich zweieinhalb Jahre lang in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft mit meinen Kollegen Handlungsempfehlungen zur Netzpolitik für den Bundestag erarbeitet. Und das Fazit der Kommission stelle ich nun den anderen Abgeordneten im Plenum vor. Viele Dinge, die ich in Berlin tue, bewege und wichtig finde, diskutiere ich regelmäßig mit meinen Parteifreunden vor Ort, wie hier auf dem Kreisparteitag in Worms. Dort erfahren sie, was in Berlin passiert und gleichzeitig erhalte ich wichtige Impulse für meine Arbeit. Soziale Netzwerke sind für uns Politiker ein wichtiges Medium, denn wir wollen den Menschen auch digital begegnen und mit ihnen kommunizieren. Als Netzpolitiker versuche ich natürlich meine Kolleginnen und Kollegen vom Mehrwert der sozialen Netzwerke zu begeistern. Ich habe hier bereits viel Überzeugungsarbeit geleistet. Meine digitale Kommunikation wird auch im Leitfaden von Facebook für Politiker beispielhaft gezeigt. Hier diskutiere ich gerade über den Nutzen sozialer Netzwerke für Politiker. Die Sonne über Berlin geht unter. Mein Tag als Abgeordneter ist noch nicht vorbei. Es geht heute Abend weiter. Sie kann ich leider jetzt nicht mehr mitnehmen, da meine Sendezeit bei Phoenix jetzt zu Ende geht. Bis zum nächsten Mal.